Der große CrowdStrike-Ausfall, der ist schlimmer als angenommen. Es gibt darüber hinaus einige neue Informationen, die wir uns jetzt zusammen angucken. CrowdStrike ist eine Schutzlösung, die Unternehmensnetzwerke und Geräte schützen soll. Doch statt sie zu schützen, haben sie ein komplett kaputtes Update verteilt, das alle Windows-Computer lahmgelegt hat, die musste man von Hand mit einem Workaround reparieren. Deswegen kam es am 19.07. zu großen Ausfällen in nicht nur vielen Bereichen Deutschlands, sondern auch weltweit. Ausführlich könnt ihr das im ersten Teil meines Beitrages nachlesen. Heute soll es um die neuen Infos gehen. Fangen wir an mit den Zahlen. Bisher war ja bloß bekannt, dass es Millionen von Computern sein müssen, die hier von CrowdStrike zerstört wurden, also die nicht mehr starteten, die man von Hand reparieren muss, damit sie wieder funktionieren. In einem Blog-Eintrag hat Microsoft hier erstmalig Zahlen von offizieller Seite verkündet, nämlich es sollen durch dieses Update 8,5 Millionen Windows-Geräte betroffen sein. Woher die Infos kommen, ist nicht genau bekannt. Wahrscheinlich Telemetriedaten, darüber hinaus auch der Austausch mit CrowdStrike, die dort ja auch Informationen über zum Beispiel Support-Tickets bekommen. Am Rande auch interessant ist, dass hier Microsoft versucht, das zu relativieren. Das soll hier weniger als ein Prozent der Windows-Maschinen sein, also ganz, ganz wenig. Dennoch hat das hier massive Auswirkungen gehabt, weil das eben nicht private Spiele-PCs waren, sondern Unternehmenssysteme, die auch an wichtigen Stellen installiert waren, wie zum Beispiel in Krankenhäusern, an Flughäfen und so weiter. Microsoft hat auch bestätigt, dass die Windows-365-PCs betroffen sind, also PCs in der Cloud bei Microsoft, da kann man sich die mieten. Da ist es aber schwierig, weil da kommt man nicht in den abgesicherten Modus, um das zu fixen, wie das ja bei normalen Computern relativ leicht technisch möglich ist. Da ist der Aufwand eher in der Masse der Computer nicht, weil das Vorgehen grundsätzlich schwierig ist. Hier ist der offizielle Workaround, man soll die Computer mehrfach neu starten, um da eben bei den Neustarts zu hoffen, dass irgendwann die aktualisierte Version, die mittlerweile ja gefixt ist, von dem Antivirus-Programm runtergeladen wird. Bis zu 15 Mal soll man das probieren. Das klingt also nicht gerade vertrauenswürdig, aber das soll laut Microsoft helfen. Deutlich vertrauenserweckender finde ich, dass Microsoft hier kurzfristig ein Wiederherstellungswerkzeug veröffentlicht hat. Das kann man auf einen USB-Stick überspielen, ähnlich wie so ein Windows-Installationsmedium. Davon starten und dann führt das eben verschiedene Befehle aus, um die kaputten Dateien von CrowdStrike vom System zu löschen, damit sich das wieder starten lässt. Das dürfte sicher eine Hilfe sein für die Betroffenen, die jetzt da CrowdStrike hinterherräumen müssen, um den Schaden zu beseitigen. Im ersten Teil habe ich ja schon gesagt, dass solche großen Softwarekonzerne ganze Rechtsabteilungen haben, die eben hier riesige allgemeine Geschäftsbedingungen ausarbeiten, die hier alles Mögliche abdecken sollen, damit man eben als Unternehmen nicht haftet, sondern dass der Kunde das kauft, dass der möglichst selber für alles verantwortlich ist, soweit das möglich ist. Da ist CrowdStrike keine Ausnahme. Das sind hier 23 Seiten an Text. Wenn man da mal weiterguckt zu Punkt 8.5, das ist interessant, weil da ziemlich weit runter, muss man hier scrollen, bis man den findet, da geht es nämlich um die Haftung. Im Wesentlichen sagt man hier, da gibt es überhaupt keine Haftung, der Kunde ist selbst verantwortlich. Hier zum Beispiel, es gibt keine Gewährleistung, dass die Angebote oder CrowdStrike-Tools fehlerfrei sind oder dass sie ohne Unterbrechung funktionieren oder bestimmte Zwecke oder Bedürfnisse des Kunden erfüllen. Auch fehlertolerant sollen sie nicht sein. Darüber hinaus gibt es hier bestimmte Situationen, die sogar ausdrücklich ausschließen, zum Beispiel Flugverkehrskontrolle oder aber auch eben die Sache hier mit direkten oder indirekten lebenserhaltenden Systemen. Natürlich kann man das jetzt von außen nicht genau beurteilen, wo haben die dann jeweils CrowdStrike eingesetzt, also zum Beispiel so ein Flughafen. Dann ist ja auch die nächste Frage, was ist da jetzt wirklich mit gemeint? Zum Beispiel so ein Check-in-System am Flughafen, ist das da schon mit drin? Das ist alles hier ziemlich weitreichend und schwammig, also zum Beispiel, wenn das Ganze zu Tod führen kann, schweren Körperverletzungen oder auch Sachschäden. Gerade bei Sachschäden, das ist wahrscheinlich relativ schnell erreicht, also da ist hier alles ziemlich schwammig, da versuchen die sich möglichst aus der Schlinge zu ziehen. Hier wird das Ganze wahrscheinlich noch viele Rechtsanwälte und Gerichte beschäftigen. Da bin ich gespannt, was sich da in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren tut. Vor allem, weil die Lage bei CrowdStrike noch wesentlich schlimmer zu sein scheint, als man das bisher wusste. Hier gab es vor einigen Monaten im April nämlich schon mal einen Fall, da hat das ganze Debian getroffen. Da hat ein Kunde auf die neueste Debian-Version aktualisiert, dann sind die ganzen PCs stillgestanden, die starteten nicht mehr. Der hat sich an den Support gewendet von CrowdStrike, der hat aber auch nicht viel gemacht, außer es zu bestätigen. Da kam wochenlang nichts, der Kunde wurde allein gelassen. Das bekam damals auch keine große Medienaufmerksamkeit, zum einen, weil eben nur diese neue Debian-Version betroffen war, nicht die anderen Distributionen oder ältere Versionen. Und dazu dürfte der Marktanteil von solcher Antiviren-Software auf GNU-Linux sicher geringer sein als bei Windows, wo man das immer noch als Standard ansieht. Dennoch kam hier eben raus, dass sie das Ganze auf der Konfiguration nicht getestet hatten, also nicht mit dem neuen Debian, obwohl sie das unterstützen. Es ist ein Desaster, so etwas öffentlich zu hören. Das offenbart schon grundlegende Qualitätsmängel, wenn man hier seine Tests offenbar nicht im Griff hat und eben solche Vorfälle wie den hier auch nicht zum Anlass nimmt, da irgendwas besser zu machen. Denn das war ja hier im April 2024, da gibt es auch hier noch einen Beitrag zu von den Betroffenen. Das ist schon eine Weile her. Hier, 19. April, da hat das Ganze angefangen. Aber da hat man sich nicht drum gekümmert, sondern auf dem gleichen Niveau weitergemacht, bis jetzt eben das Ganze mit Windows auch passiert ist. Und da gibt es eben nur ein Windows, das wird dann alle verteilt. Gerade Windows-Server sind ja auch in Unternehmen noch ein bisschen verbreiteter. Dass das überhaupt unter Linux möglich war, zeigt aber auch, dass die anscheinend so etwas wie EBPF hier nicht verwenden. Das ist eine Technik, die genau so etwas verhindern soll, dass Antiviren-Software eben weniger schlimme Auswirkungen hat, habe ich im letzten Teil schon mal kurz erwähnt. Und manche haben sich gefragt, warum so ein fehlerhaftes Modul nach einem Neustart immer wieder geladen wird, dass die in eine Endlosschleife reinkommen und man eben nicht bei einem Fehlversuch das Ganze bleiben lässt und dann eben ohne dieses Modul versucht zu starten, dann wäre das Problem hier ja halb so schlimm gewesen. Das liegt diesmal nicht an Microsoft, sondern an CrowdStrike. Die haben das Ganze nämlich als Starttreiber im System hinterlegt. Das heißt, das verbinderst das Signal, diesen Treiber brauchst du unbedingt, unbedingt kannst du nicht starten. Deswegen hat er es immer wieder versucht. Mittlerweile haben auch einige Kriminelle diese Ereignisse mitbekommen und bei denen knallen die Champagnerkorken, denn sowas ist immer eine willkommene Gelegenheit. Da kann man jetzt hier mit verschiedenen Methoden versuchen, hier zum Beispiel mit Schadsoftware das zu verteilen, so ein angeblicher Fix, der das Problem lösen soll. Wenn eher alle in Hektik sind, dann installiert man sowas, aber damit holt man sich eben erst recht Schadsoftware auf sein System und verseucht das. Parallel dazu gibt es auch noch Phishing. Man gibt sich da also als CrowdStrike-Mitarbeiter aus und sagt, man braucht jetzt Zugriff, um irgendwas zu reparieren. Auch da will man eben darauf abzielen, dass die Leute nicht so genau hingucken, sich freuen, dass sie Hilfe bekommen, aber auch hier wird Missbrauch getrieben, wird irgendwie versucht ins System zu kommen, um da Schaden anzurichten. Zu den Schäden und der Haftung gibt es jetzt auch eine Einschätzung von jemandem, der darauf spezialisiert ist, Schäden durch Unterbrechungen von kommerziellen Geschäftsabläufen zu schätzen. Auch er spricht davon, dass wir hier einen Schaden in Milliardenhöhe haben. Das ist also nicht wenig. Darüber hinaus sagt er aber, da wird nicht viel passieren. Er sieht das ähnlich wie ich und denkt, dass die Verträge den Anbieter schützen, dass er eben hier für den Schaden zumindest großteils nicht nennenswert haften muss, also hier keine Milliarden zahlen muss, um die Leute zu entschädigen. Außerdem denkt er auch nicht, dass viele Stammkunden da verloren gehen. Er rechnet mit weniger als 5% der bestehenden Kunden, die wechseln. Für Neukunden wird es wohl etwas schwieriger, weil die jetzt eben schlechte Werbung gemacht haben, aber auch das wird sich mit der Zeit normalisieren. Dieser Fall zeigt sehr schön zwei Dinge. Zum einen, wie Unternehmen bei Fehlern mit relativen Prozentangaben versuchen, in die Irre zu führen. Das gab es ja an anderen Stellen auch schon. Außerdem bestätigt er nochmal das Niveau, mit dem die Branche von Schutzlösungen arbeitet. Hier hat man Aktualisierungen offensichtlich ungetestet verteilt, um Geld zu sparen. Die Kunden sind jetzt zu dumm und müssen den Schaden beseitigen auf eigene Kosten. Auch der Aktienkurs, der ist hier zwar immer noch ein bisschen abgestürzt, aber schaut euch das mal auf lange Sicht an, hier zum Beispiel ein Jahr. Da ist das immer noch ein sehr guter Kurs, vor allem hier 23. Zu dem Zeitraum hier, der Kurs ist immer noch fast dreimal so hoch, wie zum Beispiel Anfang 2023. Die können sich das also leisten. Es wird sich sicher auszahlen, das hier auszusitzen. In ein paar Monaten haben das alle vergessen und kaufen wieder, als wäre nichts gewesen. Was denkt ihr darüber? Habt ihr euch das gedacht, dass das noch schlimmer ist, als man es bisher denkt? Schreibt es gerne auf uLabs.de, ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.